Wenn die Wölfe auf die Bullen treffen. Fußballzweitligist Rasenballsport Leipzig zu Gast im Training des Mitteldeutschen Basketballklub aus der Beko BBL. Nach einem gemeinsamen Fußballtraining folgte nun der Gegenbesuch der Leipziger im 50 Kilometer entfernten Weißenfels. Trotz der körperlichen Nachteile und dem Verfall in alte Fußballmuster überraschte der Fußballzweitligist im Duell mit gemischten Teams. Ich kann dazu sagen, dass die Fußballer sehr gut waren heute und man sieht, dass sie Gefühl für den Ball haben. Einer der Besten bei RB, Terence Boyd, der sogar den MBC-Trainer beeindruckte. Ich habe mir schon gesagt, wenn er einen Waterboy braucht, dann kann er mich anrufen. Vielleicht kommt MBC-Trainer Silvano Poropat ja auf das Angebot des RB-Stürmers zurück. Das Zusammenspiel zwischen den Rasenballern und den Wölfen im Training funktionierte ja schon mal ganz gut. Das Zusammenspiel zwischen den Rasenballern und den Rasenballern und den Rasenballern und den Rasenballern.